Das ist der Schwind Atos, der neue Femtosekundenlaser, welcher seit 2020 auf dem Markt ist. Dieser Laser kann ein Teil der Femtolasik-Behandlung durchführen, das heißt wir schneiden den Flap, dieser wird anschließend angehoben und mit dem Exheimer Laser wird der Sehfehler korrigiert. Die zweite Anwendung, die noch wichtigere Anwendung, ist die Smart-Site-Methode. Bei der Smart-Site-Methode schneiden wir einen Lentikel im Hornhardt-Innerem raus und dieser wird durch eine kleine Öffnung, 3 mm lange Öffnung, herausgezogen. Übrigens, wir sind das Referenzzentrum von dem Hersteller, das heißt von der Firma Schwind ITech Solutions und wir sind auch einer der ersten Anwendern weltweit dieser Technologie.